Sie haben uns beobachtet. Sie haben lange gewartet. Jetzt ist ihre Zeit gekommen. Aus der Tiefe des Weltalls überrollt uns das tödliche Grauen. Keiner ist sicher, wer in ihren Bann gerät, wird vernichtet. Von Mensch zu Mensch, von Leben zu Leben, von Mann zu Frau verändern sie ihre Form. Wir saugen uns aus, denn sie brauchen unsere Lebensenergie. Untertitelung des ZDF, 2020 Lifeforce, die tödliche Bedrohung. Vom Regisseur des Wilderfolks Poltergeist, vom Special-Effects-Team der Star Trek-Filme, eine neue Vision. Dann, wenn es keiner erwartet, beginnt das Grauen. ZDF, 2020 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 ZDF, 2020